Und jetzt haben wir für Sie einen französischen Musiker. Berühmt wurde er 1976 mit einem Synthesizer-Album. Er ist sozusagen der König des elektronischen Sounds und er stellt sich ihn selbst vor. Hier wohnt also der Klangkünstler, der die Synthesizer-Musik salonfähig gemacht hat. Seinen großen Durchbruch feierte er gleich mit der ersten Platte, Oxygen. Mehr als 80 Millionen Tonträger hat Jean-Michel Jarre inzwischen verkauft. Aber goldene Schallplatten sieht man hier keine. Er liebt es klar und minimalistisch, mit viel Platz für neue Ideen. Dieser Ort ist etwas Besonderes für mich. Es ist weder mein Zuhause noch mein Büro. Das ist meine Denkstube, mitten in Paris, in der ich nicht nur arbeite, sondern auch gern nette Menschen empfange. So wie heute. Jean-Michel Jarre residiert in der berühmten Avenue Montaigne. Hier hat schon Marlene Dietrich gewohnt. Wirklich mittendrin. Ganz unauffällig wirkt er nicht, wenn er mit weißem Künstlerschal und schwarzer Sonnenbrille durch die Straßen geht. Aber das stört in Paris keinen. Hier ist erlaubt, was gefällt. Und das gefällt Jean-Michel Jarre. Meine Wurzeln sind einfach hier. Sowohl privat wie beruflich. Ich liebe es, im Herzen von Paris zu sein. Eine wundervolle Stadt. Aber Zeit für einen Stadtbummel hat er keine. Der nächste Termin wartet schon. In seinem Lieblingsrestaurant trifft der Musiker seine engsten Mitarbeiter, um wichtige Details für die große Europa-Tournee zu besprechen. Fürs nächste Jahr. Ich glaube, dass Musik und viele neue Projekte einfach jung halten. Geistig und vielleicht auch körperlich. Das muss wohl so sein, denn seine 61 Jahre kann man kaum glauben. Angeblich tut er nichts Besonderes, weder für sein Aussehen noch für seine Figur. Als typischer Franzose liebt er das Leben und den Genuss. Und vor allem Schokolade. Ich habe das wahrscheinlich beste Rezept der Welt für Mousse au Chocolat. Es ist sehr einfach. Ich kann es nur empfehlen. Es besteht nur aus Schokolade und geschlagenem Eiweiß. Keine Butter, kein Zucker, gar nichts. Und es ist hervorragend. Ortswechsel. Wir sind immer noch an der Seine, aber auf dem Land. Etwas außerhalb von Paris. Hier lebt Jean-Michel Jarre mit seiner zweiten Frau. Und wie soll es anders sein? Hier arbeitet er auch, der Meister der elektronischen Popmusik. Ich verbringe sehr viel Zeit an diesem Platz, hier in meinem Studio. Gerade sind wir im Vorbereitungsstress, richten die Zimmer neu ein und räumen viel um. Deshalb sieht es hier auch etwas chaotisch aus. Zwischen seinen vielen Computern und Synthesisern fühlt sich der Musiker einfach wohl. Arbeit bedeutet auch Vergnügen für ihn. Und damit das Vergnügen bald auf unserer Seite liegt, wollen wir nicht länger stören. Schließlich hat er noch jede Menge zu tun. Bis bald. Wir sehen uns im Frühling bei meinen Konzerten in Deutschland. Ich freue mich schon darauf. Bis dahin. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.